Hallo und herzlich willkommen. Es geht los mit diesem Video über Weihnachten, in dem wir einen Blick hinter die Kulissen des Weihnachtsfestes werfen werden. Das Weihnachtsfest hat sich immer verändert und es ist nicht mehr so, wie es früher war und außerdem gibt es mehr als nur ein Weihnachtsfest. Das sind meine Thesen heute. Schön, dass du mit dabei bist. Alle Jahre wieder. Das erste, was ich sagen möchte, ist Weihnachten verändert sich. Weihnachten hat sich immer verändert. Es ist ein weltweites Fest, das sich ausbreitet und verändert. Das siehst du zum Beispiel hier, wenn der Weihnachtsmann dann in Australien surfen geht. Weihnachten ist vielleicht das größte gemeinsame Event der Menschheit. Weltweit wird Weihnachten gefeiert. Das ist eine Karte der Länder, in denen entweder der 25. oder der 24. oder beide oder eben der 7. erste ein Feiertag ist. Du siehst eben, wie weit sich das ausgebreitet hat, dieses Weihnachten. Und es breitet sich aber nicht nur geografisch aus, sondern es breitet sich auch zeitlich aus. Es fängt ja immer früher an. Das gehört ja auch zum Thema von Weihnachten dazu, dass man sagt, Weihnachten fängt immer früher an. Und das war immer schon so, der Kaufrausch war schon so groß, dass NGOs gebildet wurden, um die armen Verkäuferinnen mit zu entlasten. Und es hat Aufrufe gegeben, doch schon im November anzufangen mit den Einkäufen. Und da war besonders die Queen ein großes Vorbild, weil sie nämlich ihre Weihnachtseinkäufe schon am 26. November erledigt hat. Das war 1923. Tja, angeblich hat Weihnachten auch schon die Werbung übernommen. In der Werbung zu Weihnachten, da gibt es immer nur bewegende Filme und dann am Ende drei Sekunden lang verschämt ein Logo. Also es breitet sich überall hinaus, Weihnachten. Geschenke waren früher übrigens nicht so wichtig. Da fragt man sich, was haben die zu Weihnachten dann überhaupt gemacht? Aber damals haben sie halt gegessen, sie haben miteinander gespielt und sie haben gefeiert. Ab ungefähr 1870 sind Geschenke in Großbritannien in Mode gekommen. Und vor den Geschenken, vor Weihnachten, vor den Weihnachtsgeschenken hat der Nikolaus die Geschenke für Kinder gebracht. Am 6. Dezember. Und das passt auch gut zum Nikolaus. Der war ja immer sehr großzügig und hat auch diese Mitgiftspende an die drei Töchter gemacht, laut der Tradition. Aber warum ist es dann zum Weihnachtsfest gekommen, als Geschenkefest? Das liegt an Martin Luther. Martin Luther, ja, der hat die Reformatoren überhaupt, die haben es nicht so mit diesen katholischen Heiligen gehabt und wollten eben, dass nicht mehr die katholischen Heiligen die Geschenke bringen, sondern dass am Christfest das mit den Geschenken sich abspielt und darauf mehr irgendwie die Aufmerksamkeit auf dieses Kind gelenkt wird, von dem das Christfest seinen Namen hat. Also wahrscheinlich haben wir es Martin Luther zu verdanken, dass sich zu Weihnachten alles um Geschenke dreht. Es hat sich jetzt nicht ganz seine Hoffnung erfüllt, dass jetzt die Aufmerksamkeit sich auf das Christkind gelegt hat oder gewidmet hat, sondern das Christkind hat sich ja selbst auch weiterentwickelt, oder? Das Christkind ist ja heute so eine Art strahlender Engel und da lautet ja der Spruch beim Strubelbeter, wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen, still sind bei den sieben Sachen, beim Spazieren gehen auf den Gassen, von Mama sich üren lassen, bringt es ihnen gut genug und ein schönes Bilderbuch. Das räumt sich jetzt natürlich nicht wegen meiner Aussprache, also um die ästhetische Schönheit des Gedichtes zu genießen, muss man da natürlich sagen, bringt es ihnen gut genug und ein schönes Bilderbuch. Aber zur Besetzung von Weihnachten gehört ja heute nicht nur das Christkind, sondern auch wieder der Weihnachtsmann, also so eine Art Mischung aus dem historischen Bischof Nikolaus von Myra und dem germanischen Gott Odin. Auch Wichtel gehören heute zum Weihnachtsfest dazu. Dazu habe ich eines meiner Kinder gefragt und ihnen dieses Bild gezeigt in der Mitte mit den zwei Wichteln. Ich habe gefragt, worum geht es da? Die Antwort war Weihnachten. Dann habe ich gesagt, wieso? Ja, wegen Wichtel war die Antwort. Und ich habe gefragt, was haben Wichtel mit Weihnachten zu tun? Keine Ahnung war da die Antwort, aber wir kommen gleich noch darauf. Noch ein letztes Beispiel für die Veränderung von Weihnachten. Meine These ist ja, Weihnachten war nie so, wie es war und das verändert sich dauernd weiter. Der Baum. Der Baum ist angeblich im deutsch-französischen Krieg 1870 so richtig allgemein gut geworden. Vorher war das mehr was für Adelige und Reiche, aber eben zur Hebung der Kampfmoral wurde während des Krieges auch, wurden so Bäume auch in Lazaretten und in den Kasernen aufgestellt, in den Quartieren. Dann haben die nicht Adeligen und die weniger Betuchten auch diesen Glanz in ihre Hütten gebracht mit einem Baum. Aber vielleicht stimmt das, aber vielleicht verbreitet der Weihnachtsbaum schon sehr viel länger seinen Duft und Glanz und alles in unseren Häusern. Da gibt es zum Beispiel aus Papalien, damit man die alte Weihnachtszeit oft mehr als mit Gottes Wort begehet, ist auch der Weihnachts- oder Tannenbaum, den man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppen und Zucker behängt und ihn hernach abschüttelt und abblühen oder abräumen lässt. Wo die Gewohnheit herkommt, weiß ich nicht. Es ist ein Kinderspiel. Sicher ist auf jedenfalls, seit damals hat sich das Weihnachtsfest sehr stark verändert und der Weihnachtsbaum sich sehr stark ausgebreitet. Es gibt sogar ein Foto, wo der Weihnachtsbaum auf dem Hauptquartier der Zeugen Jehovas schön aufgepflanzt wurde. Damals waren sie noch nicht so ganz sicher, ob das doch richtig oder nicht war. Aber mittlerweile kann man sich ja auch abgrenzen, indem man keinen Weihnachtsbaum aufstellt. Gut, das Weihnachten ist eben nicht mehr so wie früher. Wir sehen es, wie es sich verändert hat. Aber auch selbst dieser Satz, der gehört eigentlich schon zu Weihnachten dazu. Es ist ein traditionelles Element der Weihnachtsreflexion, zu sagen, Weihnachten ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Also das kann man zum Beispiel sehen. Im letzten Jahr habe ich im Standard im Forum einen Satz gelesen, wo jemand gesagt hat, das hat doch alles nichts mehr mit dem Weihnachten meiner Kindheit zu tun. Vor allem gab es damals noch nicht dieses unsägliche Wham-Lied, also Last Christmas. Weißt eh. Aber sowas wird man jedes Jahr hören. Sowas ähnliches hat auch schon Charles Dickens 1836 gesagt. Er hat gesagt, als ich ein Bub war, wussten wir noch, worum es bei Weihnachten geht. Heute weiß man es nicht mehr. Also heute war damals 1836. Aber das war jetzt nicht die Ende der Reise Weihnachten. Jeder hat schon die wahre und religiöse Bedeutung von Weihnachten vergessen. Es geht heute nur mehr um Feiern bis zum Exzess, Tanzen unter Schmücken von Türen. Und das hat angeblich Gregor von Nazianz im Jahr 386 gesagt. Also ich denke mir, das ist doch sehr interessant, das zu beobachten. Es ist eine jahrhundertealte und ganz traditionelle Sache zu sagen, Weihnachten ist nicht mehr so wie früher. Die Menschen haben sich anscheinend schon fast immer darüber aufgeregt, dass Weihnachten nicht mehr so ist wie früher. Und wie es halt früher in der Erinnerung war, aber vielleicht war es ja auch gar nie so. So oder so ähnlich ist es ja auch mit einer anderen jahrelang vergessenen ewigen Tradition, dem jährlichen Ansehen von Dinner for One. Vielleicht gibt es die aber jetzt auch schon nicht mehr, diese Tradition. Aber da sagen sie es auf jeden Fall ganz klar. Same procedure as every year. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Das ist bei Weihnachten ganz, ganz zentral und ganz wichtig, dass wir zu Weihnachten Dinge machen, die immer, 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 immer gemacht worden sind. Damit wir uns wieder daran erinnern, Kontinuität und Wiederholung sind ganz wichtig. Und besonders schwer wird es aber in diesem Jahr 2020 sein, oder? Dass wir alles so wie immer machen. Also wir können uns auf ein Weihnachtsfest vorbereiten, wo vieles nicht so wie immer sein wird. Aber denkt daran, Weihnachten hat sich immer schon verändert und es war eigentlich auch nie so, wie es früher war. Alle Jahre wieder. Weihnachten verändert sich laufend, aber es soll doch eigentlich dem Gefühl noch so bleiben, wie es immer halt wenigstens in meiner Erinnerung war. Was bedeuten jetzt die zwei Weihnachten? Die Bedeutung der zwei Weihnachten? Also ich, meine These ist, es gibt mindestens zwei Weihnachtsfeste. Beide haben sich ausgebreitet und verändert. Die Klage, dass Weihnachten nicht mehr Weihnachten ist, dass es irgendwie falsch begangen wird, das ist ganz alt. Das hat ja auch schon dieser Prediger im 17. Jahrhundert so ähnlich gesagt, dass man mehr die Zeit mit Lappalien verbringt, als mit dem Wort Gottes hat er sich aufgeregt. Und da steckt eben so eine Vorstellung von falsch und richtig dahinter. Vielleicht gibt es aber eben mehr als nur ein Weihnachten und vielleicht führt das eben dazu, dass es mehr als eine Art gibt, Weihnachten zu feiern. Meine These lautet eben, dass sich die zwei Feste, mindestens zwei Feste da überlagern. Gibt es eben auf der einen Seite ein christliches Fest, das irgendwo seinen ursprünglichen Texten der Bibel hat. Und dann gibt es noch ein Das, was aus ihm im Laufe der Zeit daraus geworden ist, was sich dazugestellt hat oder das andere überlagert oder vielleicht für manche auch schon verdrängt hat. Also es gibt zwei Weihnachten aus meiner Sicht. Es gibt einmal Weihnachten, dieses Fest, das eben ursprünglich da war, obwohl es heute nicht mehr so die weltweit diese Bedeutung hat, bei dem gefeiert wird, dass Gott Mensch wird, um Menschen aus Gewalt, Leid und Schuld zu retten. Und dieses Weihnachten, das könnten wir vielleicht wahrnehmen und wieder irgendwie fest in uns spüren oder erleben, wenn wir Christen ohne westliche Tradition wären. Aber wie wäre das? Wie würden wir wohl diesen Gott feiern, der Mensch geworden ist, der ganz Mensch wird, um Menschen aus einer Welt voller Gewalt und Leid und Schuld zu retten? Es ist eigentlich unklar, wie wir das feiern würden, ohne unsere ganzen westlichen Traditionen. Ich habe einen Bericht bekommen aus einem zentralasiatischen Land, in dem es eine junge und kleine christliche Kirche gibt, wie das, also Jahrhunderte vorher hat es es schon gegeben, jetzt gibt es wieder dort eine. Und die haben noch kaum solche Traditionen. Und die diskutieren eben diese westlichen Traditionen. Einerseits haben sie beschlossen, dieses Jahr verbannen sie den Weihnachtsbaum aus den Wohnzimmern. In der Hauptstadt ist aber ein Neujahrsbaum aufgestellt worden von der Regierung, die nicht christlich ist. Aber andererseits hat diese junge christliche Kirche gesagt, es ist okay, wenn der Weihnachtsmann zum Weihnachtsgottesdienst kommen will. Dann ist er herzlich eingeladen, alle dürfen kommen. Angeblich ist Weihnachten eben bei Christen, die von der westlichen Kultur noch relativ unberührt sind, keine so große Sache. Sie sehen auch mehr diese Unterdrückung, diese extreme Gewalt und Gefahr, der Jesus am Anfang seines Lebens ausgesetzt wurde. Aber wie gesagt, es ist schwierig, heute Leute zu treffen, die komplett unberührt sind von unseren Traditionen. Es ist nicht mehr ganz fassbar. Egal wie nahe wir Weihnachten A kommen, wir werden Weihnachten B nicht los. Und Weihnachten B, das andere Fest ist eben ein Familienfest, bei dem Egoismus und Hektik überwunden werden, das alle Jahre wieder durchgeben und nehmen, dem Zynismus entkommt und Zauber wirkt. Und da sieht man schon diesen Zauber in den leuchtenden Kinderaugen und eigentlich ist es wahrscheinlich ein kleiner Engel, den man da auch sieht. Kinder sind dabei ganz, ganz wichtig und das werden wir noch sehen. Dieses andere Fest, das können wir vielleicht wahrnehmen, jetzt in seiner reinen Form, wenn wir uns mit einer Kultur ganz ohne christliche Anklänge beschäftigen. Wenn wir irgendwie Versuche wahrnehmen und anschauen, Weihnachten komplett zu säkularisieren oder irgendwie ganz anders zu spiritualisieren. Und von diesem anderen Fest sind komplett säkularisierte Versionen denkbar, eben auch ganz andere spirituelle Perspektiven. Und dazu habe ich eben, dazu werde ich noch ein paar Beispiele bringen aus YouTube, Videos und Kinderserien und den Standard und soziologische Fingerübungen und so weiter. Also dieses Weihnachtsfest, Weihnachten B, das spielt sich ab, irgendwo zwischen Zauber und Zynismus. Zwischen Christkind und Krampus könnte man sagen oder welchen Bösewicht du auch immer da hernehmen möchtest, weil Weihnachten B ist eigentlich eine seltsame Geschichte, ohne wirklichen Bösewicht. Außer vielleicht, du zählst solche Figuren wie diesen Scrooge oder den Grinch oder dem Krampus, falls der jetzt auch zu Weihnachten langsam wieder in Dienst gestellt wird. Oder vielleicht auch der Bösewirt bei religiösen Varianten von diesem Weihnachten B-Fest. Also bei Weihnachten B, da gibt es so einen Kampf und Drama, aber das spielt sich eher im Kampf gegen unpersönliche Kräfte ab. Was da eben überwunden werden soll, ist Hektik und Stress und Egoismus. Manchmal muss auch das Übergewicht bekämpft werden. Aber damit man da nicht schon scheitert, gibt es eben viele, viele gute Ratschläge und viele Hilfen dazu. Wie zum Beispiel eine dieser Hilfe habe ich bekommen vom Roten Kreuz. Das Rote Kreuz hat mir eben diese Broschüre geschickt, wo mir geholfen wird, der Hektik und dem ganzen Stress ein bisschen zu entkommen. Das finde ich toll. Ich finde das gut eben. Also ich kritisiere das nicht, aber es zeigt uns eben, dass ein Kampf stattfindet. Aber der Kampf findet nicht statt gegen böse Wichte oder böse Mächte, sondern eher so unpersönliche Sachen wie Hektik und Stress. Und um diesen Kampf zu gewinnen, wie geht es jetzt? Da geht es eben um Geben und Nehmen. Die sind eben Stationen auf diesem Weg, auf dem Zauber. Oder sie können auch Stationen auf dem Weg zum Zynismus sein. Beides ist möglich. Sie können Rituale sein oder eben wunderbare Geschenke, die einem einfach zufallen. Und meistens spielt sich das Ganze im Rahmen von Familien ab. Das ideale Weihnachtsfest, das Weihnachtsfest B meine ich jetzt eben, das ist ein Familienfest, das Egoismus und Hektik überwindet und alle Jahre wieder durchgeben und nehmen, Zauber bewirkt. Aber das Ganze droht eben immer wieder in den Zynismus abzukippen, abzurutschen. Das ist ganz, ganz kurz, diese Reise in den Zynismus. Das geht ganz schnell oft. Und da muss man eben vorsichtig sein und aufpassen, dass das nicht passiert. Denn es gibt eben diese Linie, wo wir leicht wieder runterrutschen. Ich glaube, die meiste Zeit unseres Jahres ist es uns klar, wir leben in einer Welt ohne Zauber. Und jetzt einmal im Jahr, Weihnachten soll uns da rausholen. Aber der Zynismus ist so nahe da. Es gibt eben zum Beispiel diese kalte, kalte Forschung, die sagt, der ganze Zauber von Weihnachten ist faul. Da geht es nur um Macht. Das Ganze ist ein Machtritual, sagt uns diese kalte Forschung, Soziologie. Die Rolle des Mannes ist es eben, den Baum zu holen. Alles andere muss die Frau machen. Sie bewahrt und initiiert die ganzen Rituale und dabei geht es um Macht. Die Kinder werden durch Geschenke aus dem Jenseits fügig gemacht. Die Erwachsenen, die zeigen sich die Rangordnung gegenseitig durch die besseren Kekse, das bessere Menü und die besseren Geschenke. Ein Machtspiel. Und deswegen instrumentalisieren politische Parteien oder auch die Werbung, die Werbenden an Weihnachten auch für ihre Zwecke und sagen, die wollen unser Fest abschaffen oder damit du den Zauber wieder erlebst, dann brauchst du schon X oder Y. Aber im Grunde, sagen eben alle, die unterhalb dieser Linie des Zynismus leben müssen, im Grunde ist unser ganzes Leben so, so kalt und sinnlos. Weihnachten ist so sinnlos wie der Rest des Lebens. Es gibt keinen Zauber, es gibt nur harte Fakten. Es gibt keine heile Welt. Aber es gibt viel sinnloses Leid und große Traurigkeit. Und diese Dunkelheit, die uns umgibt, wenn wir einfach nicht so an solche Zaubersachen glauben, die wird eben meistens bei Weihnachten B nicht so stark thematisiert, weil man da so leicht abrutscht und das Ganze misslingt. Aber die lauert immer im Hintergrund, die ist immer da. Und dieser Zynismus, der kann dann auch zu dieser Weihnachtsallergie führen oder zu ironischen Gegenaktionen und mit denen kann man dann auch wieder Geld verdienen. Also Weihnachten kann als Werkzeug instrumentalisiert werden, Werkzeug für Gewinn. Egal, was du jetzt gewinnst, Macht, Geld oder Rang. Aber wenn man jetzt irgendwie das schafft, diesem Zynismus zu entkommen, was läuft dann da ab? Es geht eben um einen Bedeutungsglauben und einen Wunderglauben. Und gegen diese materialistische Kälte und diese Dunkelheit, da leuchten die Katzen und da duftet der Baum an. Gegen diese Sinnlosigkeit hilft eben einmal im Jahr wenigstens der Zauber von Weihnachten. Und tief im Weihnachtsfest steckt dieser Glaube, dieser starke Glaube, dass Weihnachten eine Bedeutung hat. Es gibt da so eine Serie, die heißt Community und da gibt es auch eine Weihnachtsfolge und da heißt es in dieser Weihnachtsfolge, die Bedeutung von Weihnachten ist, dass es etwas bedeutet. Und es kann bedeuten, was wir wollen. Und zugleich, sagen sie auch in dieser Serie, zugleich ist Weihnachten die verrückte Vorstellung, dass die längsten, kältesten, dunkelsten Nächte am wärmsten und hellsten sein können. Zu Weihnachten bricht sich dieser Glaube, diese Hoffnung Bahn. Und da wird eben gegeben und genommen. Es geht um Nehmen und Geben dabei. Es wird konsumiert, verzehrt und genommen. Es wird aber auch großzügig und selbstlos gegeben. Und alle Jahre wieder mit denselben Ritualen und denselben Symbolen. Das ist eben ganz wichtig. Und wenn man die nicht kennt, dann bedeutet einem Weihnachten nicht recht viel. Da gibt es zum Beispiel diese mumischen Trolle, diese finnischen Mumintrolle, wollte ich sagen, mumische Trolle. Das sind Trolle aus Finnland, die heißen Mumins. Und die machen normalerweise Winterschlaf zu Weihnachten und haben eben keine Ahnung davon. Einmal wachen sie auf und alle Leute, denen sie begegnen, reden von Weihnachten. Alle sind gehekzt und ängstlich. Die Mumins verstehen, Weihnachten ist ein bedrohliches Wesen, das man mit einem geschmückten Baum besänftigen muss, mit gutem Essen und Geschenke. Das ist eine ganz heidnische, ganz normale religiöse Vorstellung. Die Bedrohung muss abgewandt werden durch gewisse Rituale und Geschenke an die Gottheit. Und sie machen eben das, sie machen mit und dann taucht aber dieses Monster nicht auf. Dann gehen sie wieder schlafen und schenken alles, was sie vorher vorbereitet haben, irgendwelchen kleinen Waldwesen, die sich zutiefst darüber freuen. Und da lernt man eben, Weihnachten ist stressig und bedrohlich, aber eben durch Großzügigkeit kann das Ganze zu großer, großer Freude führen. So funktioniert der Zauber. Diese Rituale können eben auch eigenwillig interpretiert werden. Man kann, wie die Mumins, jetzt eine Rose oben rauftun auf den Baum und keinen Stern. Aber es geht eben darum, großzügig zu sein und sich nicht stressen zu lassen. Und das führt dann zu Freude und zum Staunen. Also brauchst du keine Fünf-Gänge-Menüs, keine Würstel mit Sauerkraut, kein Raclette, sondern es geht darum, großzügig zu sein und sich nicht stressen zu lassen. Und dann funktioniert vielleicht dieser Zauber der Weihnachten. Aber eben diese Rituale, die helfen eigentlich schon dabei. Da kommen wir noch dazu. Ein YouTuber, der heißt Patrick H. Willems, der hat ein tolles YouTube-Video darüber verfasst, was die Weihnachtsfilme bedeuten. Er hat total sekularisiert und er hat gesagt eben, das Fest gründet sich für ihn auf der Idee, auf der Geschichte von Menschen, die keine Mühen scheuen, um sehr großzügig zu sein. Und die dauerhafteste Idee von Weihnachten ist, Menschen kommen zusammen, meistens als Familie, um einander zu beschenken und zu helfen. Weihnachten ist ein Feiertag, der auf der Vorstellung beruht, in der kältesten und dunkelsten Zeit des Jahres, einander zu helfen und einander nahe zu kommen. Also wir können uns immer noch nahe kommen, das ist ein bisschen schwieriger, aber helfen und schenken können wir auch 2020. Soweit wird das vielleicht funktionieren. Nur, es ist halt so, wenn es nur ums Verzehren, um das Nehmen, um das Konsumieren geht, dann führt das zu Zynismus. Wenn das nur der bestimmende Inhalt ist von Weihnachten B, so funktioniert Weihnachten B nicht. Das klappt nicht. Das führt dann zum Weihnachtskater. Da hat die Journalistin Barbara Kudenhofe-Kalergi geschrieben, Sie hat geschrieben, kommt Weihnachten von Wein, fragte vor Jahren eine muslimische Deutschkurs-Teilnehmerin ihre Lehrerin. Eine durchaus logische Frage. Hatte die junge Frau doch überall die adventlichen Punschhütten gesehen und gefolgert? Das höchste Fest hierzulande bestehe aus Saufen und Geld ausgeben. Tatsächlich, wenn man dem Weihnachtsfest die religiöse Grundlage entzieht, bleiben nur der Konsum- und Kaufrausch übrig. Also, der religiöse Kern von Weihnachten B, wir reden jetzt nicht von diesem biblischen Fest, sondern von Weihnachten B, der religiöse Kern von Weihnachten B ist in meinen Augen diese Betonung von Selbstlosigkeit und die Idee der Hoffnung auf Zauber. Also, wir sind bei diesem säkularisierten oder anders spiritualisierten Weihnachtsfest. Wenn wir da vom Geben ausgehen, wenn wir den Konsum nur als Zwischenstufe sehen, dann kommen wir vielleicht zu diesem Zauber von Weihnachten. Aber was ist jetzt dieser Zauber? Der Glaube, dass Weihnachten Zauber wirkt. Welchen Zauber wirkt Weihnachten denn? Also, einerseits eben verzaubert Weihnachten alles zu Schönheit und wahrem Genuss. Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der die Dinge plötzlich schön werden. Da ist es sogar auf einmal schön, wenn man sich einen toten Baum ins Wohnzimmer reinstellt. Weihnachten ist eine Zeit des Genusses. Ein anderer YouTube-Kommentator hat geschrieben, also ich bin aus Argentinien, wo wir am Weihnachtsabend feiern. Im Grunde gibt es uns die Erlaubnis, Asadu, gegrilltes, als Familie zu essen, betrunken zu werden, um Mitternacht ein Feuerwerk abzubrennen und Winteressen mit Eis zu mischen. Im Grunde eine Vorsilvester, Feier, wenn wir eben dasselbe wieder machen. Lol, hat der noch gesagt, der Argentinier. Also, wir lernen da von ihm, Weihnachten feiert man, zu Weihnachten feiert die Familie mit Essen, Alkohol und Feuerwerk und es verschmilzt mit dem Neujahr immer mehr. Und das Ganze muss ja nicht schlecht sein, oder? Es ist ja schön zu feiern mit der Familie oder mit Freunden, aber es ist eben schlecht, wenn es aus diesem Nehmen, aus der Gier kommt, wenn es aus dieser gebenden Ecke kommt, aus der Großzügigkeit, dann kommt echte Freude raus, denn so sind wir Menschen gemacht. Eben Selbstlosigkeit, hoffnungsvoll etwas selbstlos herzugeben, macht Menschen froh, so sind wir gestrickt. Das ist der eine Zauber, der in Weihnachten wirkt, die Zauber, es verzaubert alles zu Schönheit und echtem Genuss. Und dann gibt es eben auch noch eine Verwandlung zum Besseren. Das sieht man auch in diesen ganzen Weihnachtsfilmen, wo immer wieder eben von diesen Weihnachtsfilmen dieselbe Geschichte erzählt wird, dass jemand sich bessert. Es handelt alles von Menschen, die wachsen, selbstlos und freundlich werden. Und diese Vorstellung, sagt Patrick H. Willems, wieder dieser YouTuber, dessen Fan ich auch bin teilweise, diese Vorstellung, dass Weihnachten eine Zeit großer, positiver Veränderungen und glanzvoller Gesten der Offenherzigkeit ist, ist tief in unserer Kultur verwurzelt. Durch Weihnachten werden eben Menschen geläutert. Sie werden liebevoller und besser. Das ist echt super. Weihnachten kann eben so zu einem Fest der Liebe und der Harmonie werden. So werden Ruhe und Frieden in den Beziehungen wieder möglich. Und manchmal braucht man halt vielleicht noch ein paar Tipps, wie in dieser großen Ratgeberliteratur. Das sind die zwei ersten Zauber von Weihnachten. Schönheit und echter Genuss und die Verwandlung und die Liebe. Und dann bringt Weihnachten auch noch die Verzauberung der Geborgenheit und der Heimat mit sich. Weihnachten verzaubert alles irgendwie zur Sicherheit und Geborgenheit. Wenn jeder seinen Platz kennt, wenn jeder weiß, was zu tun ist, dann ist es eben so erholsam im Vergleich zu dieser dauernden Unsicherheit des Alltags. Zu dieser dauernden Unbestimmtheit des Alltags. Unter der wir auch schon in normalen Jahren leiden können. Und wie viel mehr erst in diesem Jahr, oder? Und bei Weihnachten, da ist jedes Jahr dasselbe, alle Jahre wieder, das hilft enorm, sich wieder sicher zu fühlen und geborgen zu fühlen. Und deswegen, das ist jetzt der Grund, warum Kinder so wichtig sind, zu Weihnachten. Weihnachten, so zeigen es, soziologische Erhebungen sind entscheidend bei Weihnachten. Wenn junge Paare noch keine Kinder haben, dann feiern sie Weihnachten nicht oder eben ganz anders. Wenn sie Kinder haben, dann wird Weihnachten plötzlich zum wichtigsten Fest im Jahr. Warum? Vorher waren sie passive Empfänger des Festes und jetzt wollen sie aktiv gestalten und geben. Also aus diesen Erhebungen, wurden so Interviews gemacht und da zeigt sich ganz deutlich, dass Weihnachten an Wichtigkeit gewinnt und die Eltern das Fest hauptsächlich für die Kinder ausrichten und ihnen versuchen, auch dabei wichtige Werte zu vermitteln. Also da sieht man, Weihnachten ist ein Fest für Kinder und hilft auch den Ausrichtern dabei, erwachsen zu sein. Ich vermute aber, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum Kinder so wichtig sind. Die Erwachsenen, die sehnen sich in ihre Kindheit zurück, in die verzauberte Welt. Auf die Idee hat mich ein Foren-Autor im Standard gebracht. Er hat geschrieben, man könnte Weihnachten auch im Sinn von Ernst Blochs konkreter Utopie definieren, als einen Ort, der allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war. Dadurch können auch die verschiedenen Interpretationen dieses Ortes erklärt werden und die Prägnanz, die diesem Ort zugewiesen wird. Weihnachten ist also auch die Hoffnung auf Heimat. Sie ist der Ort, der allen in der Kindheit scheint und wo noch niemand war. Deswegen sind Kinder so wichtig. Und diese Rituale, die wir da machen, die helfen uns, diesen zerbrechlichen Weihnachtszauber zu wirken. Der Weihnachtszauber, der verspricht eben Schönheit und wahren Genuss, Verwandlung und Harmonie, Geborgenheit und sogar Heimat. Und das erreichen wir durch Rituale und Symbole. Die sind alle wieder, alle Jahre wieder gleich. Und deswegen ist der Druck auch so groß, dass sie perfekt sein müssen. Das ist bei jeder religiösen Handlung so. Also, ob das jetzt eine Rezitation von einer altindischen vedischen Hymne ist oder was. Wenn du da eine Silbe falsch betonst und wirkt der Zauber nicht mehr und genauso bei Harry Potter, der Zauberspruch muss richtig gesagt werden, sonst funktioniert es nicht. Und genauso ist es bei Weihnachten. Es muss alles perfekt sein. Deswegen ist der Druck so groß, dass es perfekt ist. Diese Rituale, diese ganzen Abläufe, die müssen gut laufen und dann wirkt hoffentlich Weihnachten den Weihnachtszauber. Diese Zauberkraft entsteht dann durch die Wiederholung. Wir denken, ja, wenn man etwas oft genug macht, dann wird es schon Bedeutung haben, oder? Deswegen ist die Wiederholung auch so wichtig, alle Jahre wieder. Aber das ist eben auch gleichzeitig das Problem von diesen Ritualen. wir können ja den Glauben an die Bedeutung von Weihnachten einfach verlieren, weil der ist nur selbst gemacht durch die Rituale. Wir können mit diesen Ritualen wieder aufhören und die Welt wird wieder entzaubert. Es bleibt dann nur der Zynismus oder eben diese große, große Traurigkeit. Für viele ist ja Weihnacht nach der traurigste Tag im ganzen Jahr. Und deswegen ist das ganze Weihnachtsfest B, so wichtig es ist, so schön es ist, auch ich genieße das, Geben und Schenken und Freude und Schönheit und Verzauberung. Aber deswegen ist dieses Weihnachtsfest B nicht nachhaltig, weil der Weihnachtszauber so zerbrechlich ist. Was nämlich wirklich tief da ist, in uns, ist diese tiefe, tiefe Sehnsucht. Weihnachten B ist wie dieses kleine Glöckchen, das bei vielen von uns vielleicht zu Weihnachten immer bimmelt, wenn das Christkind da war und die Geschenke gebracht hat. Und Weihnachten B ist dieses kleine Glöckchen, das uns an unsere tiefe Sehnsucht erinnert. An unsere Sehnsucht nach Schönheit und Geborgenheit und Genuss ohne Kater, nach Verwandlung zum Guten und Hoffnung, nach Sicherheit, Geborgenheit, Sinn, Heimat. Daran erinnert uns, denke ich, Weihnachten, Weihnachten B. Ich finde es eben interessant, dass Weihnachten A, dieses ursprüngliche Weihnachten, diese Sehnsucht auch anspricht. Weihnachten A erinnert nicht nur an die tiefe Sehnsucht, die wir haben, so wie Weihnachten B. Nein, Weihnachten A liefert eben auch einen Grund dafür. Weihnachten A setzt eben tiefer an. es erinnert und nicht nur an unsere Sehnsucht, sondern setzt noch tiefer an. Tiefer an. Es setzt an bei diesem Leid, bei der Sinnlosigkeit und bei der Macht, die wir gern ausblenden bei Weihnachten B. Weihnachten A spricht davon, dass Gott in diese Welt kommt, in diese traurige, kalte, harte Welt, um uns vom Bösen zu erretten, uns zum Guten zu verwandeln und uns Harmonie zu schenken. Weihnachten A setzt eben unterhalb von dieser Linie an, da wo wirklich die Gefahr lauert. Dieses Bild ist so super, man sieht zwar die kleine Krippe, aber man sieht die große Gefahr, in der alles schwebt, weil da ein riesengroßes Monster ist. Es ist ein Drache dabei, bei der Krippe. der Tod, die Sinnlosigkeit, die Kälte und die Trauer. Und da setzt Weihnachten A an, unter der Oberfläche, beim Bösen. Und deswegen freue ich mich auf Weihnachten A und B. Ich kann das nämlich sehr gut miteinander verbinden. Weihnachten A, das ursprüngliche Fest, das macht mich vorsichtig und auch sensibel für Machtfragen rund um Weihnachten. Es geht eben nicht um mich, ich muss mich nicht hochsetzen. Wir haben alle Probleme, die da vielleicht besonders schnell ans Licht kommen, weil wir eben nicht perfekt sind und niemals perfekt sein werden. Weihnachten A erinnert mich daran. Aber das ganze Weihnachten, ein Geschenk zum Beispiel, erinnert mich auch daran. Ich feiere eben mit dem Schenken, dass Gott auch uns etwas schenkt. Ich habe da ein tolles Zitat von Fritz Neubacher. Er hat geschrieben, auf ein Geschenk haben wir ja keinen Anspruch. Es kommt unberechnet und unverdient, wenn es ein echtes Geschenk ist. Also beim Gegengeschäft schaut es nicht so aus, aber beim echten Geschenk ist es so. Das Geschenk ist deshalb eine Art Vorgeschmack auf das Reich Gottes, das ein unverdientes Geschenk ist an die Menschen. Die Vorfreude dabei erleben wir beim Schenken. Ein Baum zu Weihnachten erinnert mich und ich feiere damit, dass Gott das Leben schenkt. Ich feiere das Leben, das Gott schenkt und ich denke auch an den Baum, der zum Kreuz gemacht wurde, weil dort ist wirklich unsere Lösung für den Unfrieden und die Schuld und den Egoismus. Weihnachten A und B gehören für mich eben zusammen. Ich meine, A ist das ursprüngliche, B kriegt man nicht mehr los, kann aber auch trotzdem sehr schön sein. Weihnachten A erfüllt aber und begründet für mich diese Sehnsucht, die sich in Weihnachten B ausdrückt. Weihnachten A ist eben kein dünner Zauberstab, der sich einmal im Jahr über die kalte Welt legt und zu Neujahr dann wieder verweht. Weihnachten A ist kein dünner Zauberstaub. Nein, Weihnachten A ist tief verankert in objektiver Geschichte. Das ist historisch, dass Gott Mensch geworden ist. Weihnachten A ist auch tief in unserem täglichen Leben verankert, in unserer tiefsten Sehnsucht und unserer Suche nach Erfüllung und Heimat und Geborgenheit. Und deswegen kann ich Weihnachten A und B voller Erwartung feiern. Weihnachten A liefert den Grund und Weihnachten B liefert viele gute Ideen fürs Feiern. Der Zauber, der kommt dabei aber nicht von mir oder aus unseren Ritualen. Die Sehnsucht, die bringe ich schon mit. Aber der Zauber kommt nicht von mir. Und das entspannt und das wünsche ich auch dir, wenn du bis zum Schluss von diesem Video mit dabei gewesen bist. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Weihnachten A und über Weihnachten B und ich wünsche dir auch diese Entspannung, wenn das Weihnachten A auch für dich das Weihnachten B begründet. Danke fürs Dabeisein. Frohe Weihnachten! Dabeisein. Dabeisein. Mareth